Man sagt, der badische Wein ist von der Sonne geküsst. Das ist wohl so. Aber ist das schon alles? Auf meiner Tour durch das badische Land habe ich festgestellt, da gibt es noch viel mehr. In jedem Glas Wein steckt der Charakter der Menschen, die ihn machen. Ihre Philosophie des Winewakings, ihre Liebe zur Natur, die Verbundenheit zur Scholle, zur Heimat. Wein im Badischen, das ist Lebensart. Und seit meiner Tour steckt bei jeder Flasche, die ich öffne, auch ein Geheimnis, eine Geschichte dahinter. Eine, die man nur erfährt, wenn man sich auf den Weg macht und vor Ort die Weine probiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017